Ja, Resident Evil 7 Genau, haben wir ja gestern weit gekommen Später ansehen weit gekommen, quasi Finale und die letzten 10 Minuten war das Spiel, das Internet so Ich bin weg, auf jeden Fall Ich starte jetzt hier Es geht direkt los mit dem Bossfight gegen Daddy, also richtig schön knackige Action und ja, macht euch einfach emotional bereit Jetzt geht's los mit Resident Evil, nach dem Intro Man kann ja nochmal das Intro machen So Ne, noch ein bisschen so Weg von Dark Souls Reinhardt Resident Evil und Bossfight und die Geschichte zu Ende erleben, zu Ende spielen heute Und dann mach ich aber drei Kreuze Fuck yeah Ich hab noch nie irgendeinen Resident Evil-Teil durchgespielt Wir haben ja zusammen On-Stream 2 angefangen Aber da war dann halt irgendwann Munition leer Und ich kann halt irgendwie gar nichts mehr machen Ja Aber gut Das wird sich heute alles ändern Das wird sich heute alles ändern Wir werden nochmal gegen Daddy antreten Daddy wird uns nochmal richtig an die Gurgel gehen Und Ja Und dann Ne, Serum Und entscheiden Scheinbar Vermutlich entscheiden Wer es bekommt Mia oder Zoe Oder ich Weil ich frag mich auch die ganze Zeit Müsste ich die Seuche nicht auch mittlerweile haben Also sorry, aber So oft wie die mich geschlagen haben So, da ist er Hallo Daddy Ah, der Süße Der ist schon ziemlich abartig Muss man mal sagen Okay Dodgen Perrin Oh, scheiße War, Bruder Wir laden mal nach Ich verspür Ja 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 Schmecken die die Granaten Daddy Lovely oder So nochmal einen auf den Kopf Also wir machen ihn einfach rund Ja Jack Es nervt langsam So Jetzt den Flammenwerfer Oh, schön lang gehen Den Bruder Hier Da unten ist ein Auge Mein Leben ist 200 Piste wert Okay Können wir die Augen überhaupt verbrennen Oder ist das hier Ja doch, 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 doch Es dauert nur Es dauert nur Wir nehmen Wir nehmen die Flinte Wir nehmen die Flinte wieder In die Hand Na, wo hast du noch ein Auge Hast du noch ein Auge Mein Güter Also die Granaten Muss man sagen Genial Die haben richtig rasiert Und Mikau Mein Junge Nächstes Wort dann gleich Nee Nee, 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 nee Nee, nee, nee Nee Das ist Ich mach dann erstmal ein Schilling Ah Das kommt demnächst ein anderes Spiel raus Was ich mir on release holen möchte Da Und das, das wird dann Das wird dann Ja, ich weiß, ich weiß Big Teddy Goff Girl Big Teddy Goff Mami Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Aber nee Nee, vielleicht Vielleicht irgendwann mal später Weißt du, wenn Wenn es nochmal uns selber oder so Achso, jetzt Bis jetzt, wo ich dachte Ja, ja Tschüssi Willst du nochmal Nee, oder Wir haben ihn Wir haben ihn rasiert Alter Vom Feinsten Ja gut, ich weiß Wir haben ihn Gestern schon gemacht Aber Muss ja mal gesagt sein Läuft Ja, wir kommen Daddy, nein Ja, machen wir Komm Rinder Schön ins Auge Ja, haben wir übersehen Das kleine Auge Ja, schade, dass wir nicht Daddy hätten retten können Als er noch ein Mensch war Zack Komm, wir gehen Lassen alles hinter uns Und jetzt Und jetzt ist ja auch ein Weg So, ja, Mia wartet auf uns Eine Dosis Das ist natürlich Okay, die Tür geht wirklich zu Das ist natürlich schwierig Ich musste eins verwenden Jetzt ist nur eins übrig Nur eins Ethan Das kann doch nicht nur eins übrig sein Was zur Hölle machen wir jetzt Aber es ist nur noch eins übrig Sorry Scheiße Ich wollte ein bisschen lauter Der Drama Ja, Leute Was machen wir denn jetzt eigentlich Chat Chat vote Chat vote Ähm Ich meine, Mia Wollte uns töten Die hat uns eine Axt reingerammt In diverse Körperteile Und Zoe Ich meine, sie hat uns geholfen Aber Mia ist unsere Frau Und wir kennen Zoe nicht Aber wir chillen einfach erstmal, oder? Selber nehmen, hast du es dir verdient Ja, oder? Eigentlich, eigentlich Deswegen Ich glaube auch, dass ich selber eigentlich schon übel zum Arsch bin Wirfst du in die Mitte Katzenkampf Nein Nein, komm Hier, Mia Ja Sei doch nicht so Du kannst einfach eine neue Ich werde Hilfe schicken Neues hier rummachen Oh no Nimm dir noch nicht das Leben Mädel Wir können daran arbeiten Oh goddammit Ist uns jetzt nicht der Herrstart Aber Mia ist okay Ist okay Es musste sein Kommt jetzt noch was? Noch mehr Viecher aus dem Sumpf? Ich weiß nicht, ob es das war Ich trau dem Ich trau dem Frieden noch nicht Ich trau dem Frieden nicht Oh nein Oh nein, ihre Schulter Ist das nicht Wenn sie Hat es doch nicht geholfen Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch Ich will nur die Wahrheit wissen Ethan Ich erinnere mich wirklich nicht Versuch's Oh shit Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Da fug Ich glaube Ich glaube Das Spiel ist noch nicht vorbei Aha Du bist in Ordnung Was zur Hölle war das? Oh Viecher aus dem Sumpf Shit's not over Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Nein Goddammit Und wir haben wahrscheinlich Die Waffen nicht mitgenommen Weil es war ja vorbei Es war ja Oh no Das scheiß Kind Aus diesem dunklen Kinderzimmer Ist das der feine Boss? Hey, jetzt spie ich die Alte? Oh, okay Oh, es geht noch weiter Es geht alles noch weiter Better start running Oh no Oh no Oh no Zweithälfte des Games Oh god Oh no Ethan Oh, die Uhr ist auf rot Nein Ich dachte, es wäre legit Ich dachte, es wäre Finale Sie haben Ethan Ich kann mich nicht wehren Ich habe seltsame Flasche Sie sich als Beweis In ihrer Tasche befand Okay Oh no Ich habe ja null damit gerechnet Leute Oh ja Ich kriege Keller Vibes Kriegt ihr auch Keller Vibes? Oh no Oh no Ah, scheiße Ah, Zerlegungszimmer Vibes Was war das? Eine Vision Du warst schon mal hier Oh, I don't like this I don't like this Ich fand, das Achievement You better start running Nett Nett to know Danke Oh goddammit Ich dachte, es wäre vorbei Ich dachte, es wäre vorbei An wir hatten unsere Ruhe Scheiße The Force awakens Mir Ist vielleicht doch schlecht, dass wir das Serum gegeben haben, wa? Just 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 saying Just Just putting it out there Scheiße Er ist sie Das weiß ich ja nicht, Bruder Oh, die ist zu Oh godfuckin dammit Oh ja Mhm Wisst ihr, wenn man sich nicht wehren kann Finde ich immer nicht so geil So mit Shotgun und Flammen Mit Werfer und Granaten Da war alles cool Es hat gespeichert Es ist hier irgendein Boss Irgendwas ist hier bei mir Oh god Irgendwas ist hier bei mir Das geht nicht auf Das geht nicht auf Vor allen Dingen Mami, das kann ja nur das Mädel gewesen sein She's not my child Oh god Muss ich etwas versteckt haben Ja, no shit Okay Cool ist er Käpt'n Kali Kali Chef-Ingenieur Paul Fitzgerald Ich bin so ein Insight-Jokes und bestimmte Entwickler oder so Kann ich meine Shotgun wieder haben Oh god Er ist auf dem Klo gestorben Auch übel, Bruder Auch übel Na, noch eine Leiche Ne She's inside me She's inside everyone Okay Aber ey Draußens ist besser als drin Ne Was haben wir hier? LNG-Tanker Ernabau Gebaut 1987 Wah Wahnsinn Das Boot, ne? Die verwandelt die Leute Ne, warte, sie tötet sie Oh nein Ist mir das? Ne, oder? Ne, 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 ne Warte mal, warte mal Oder? Oh god Ja, baby Mia Ne, junge Mia, weißt du? So, die ist schon ewig alt, Bruder Die ist, die ist, weißt du? Das, äh Oh god Oh, ne Leiche Ja, what up, bro Es ist auch nicht so smart Eigentlich weiter in Richtung Der Leichen zu gehen, oder? Hast du also Naja, egal Sie will ja, Ethan Ja, können wir auch Du, Ethan und ich Wovon redest du da? Wir können, wir können Ja, ich nehme dich mit Aber bitte töte mich nicht Oh, was, was zum Er hat nebenbei gespeichert Da müssen wir nicht Wir rennen immer hinterher Wir rennen immer hinterher Ja, wo ist sie hin? Da hinten Was ist das hier? Okay, geht nicht auf Nein, das sind ja Viecher Was? Aber wir können uns nicht wehren Oh, ich hasse es Ich hasse es aus tiefstem Herzen, Jungs Das ist jetzt wieder so eine Hide and Seag Kacke Yeah, you better run Oh, Fick Gen Die hat ja nicht mal Nicht mal ihre Fäuste So, ich kann blocken Oder ansonsten Kombinieren Ja, jetzt Ich gegenrennen Vielleicht kann ich A drücken Scheiße Scheiße Oh, ich hasse es Nein God fucking damn it Ich war so sicher, dass wir jetzt rauskommen Oh no Yeah, you better run Toll Wunderbärchen Lovely So, da ist irgendein Item So, dich nennen wir Karl Karl, du bist ein mieses Stück Ich wollte es nur gesagt haben Karl, ich mag dich nicht So, wir müssen die Sicherung hier rausnehmen Karl Nein Karl, bitte Lass uns drüber reden Er wollte nicht reden Karl, der Käfermann Karl, der miese Sausack Kucki Ah, das ist uncool Was ist hier wirklich mit ebenes System Das man sich halt Müll wehren können Das ist schon wieder Too much Scheiße Okay, ich meine unten kann ich ausschließen Wobei, ne, es gab da noch einen Raum, den ich hätte checken können Okay, das müssen wir machen Ja, das müssen wir machen So, da hinten lang brauche ich nicht gehen Da sind die beiden Viecher So, besser Das ist schon mal safe Sorry Da brauche ich nicht lang gehen Die beiden Viecher, die da patrouillieren Scheiße, das geht nicht auf 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 Okay Okay, wir gehen Wir gehen mit Gott, aber wir gehen Das ist okay All right Gut, gut, gut Lassen wir den ersten Flo Ja, von der Hand hat verschlossen Vielleicht ist hier was zu holen Bei der Security gibt es vielleicht was Okay Okay Don't like this Ist das Ethan? Ja, oder? Wer bist du? Hallo meine Tochter Ich habe dich vermisst Können wir jetzt bitte gehen? Du musst dich erinnern Dann können wir eine Familie sein Ich muss dich erinnern Ah, shit Trap sollte eigentlich gehen, mein Guter Test Subject E001 Be kind Ach so, it's a trap Please be kind Please rewind Ethan wird wirklich sterben, oder? Aber das geschieht mir recht Sie ist wegen mir entkommen Ja Es ist deine Schuld Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls Ich kann nicht glauben, dass das passiert Hier Nimm das Ihre Gewebeproben Was? Okay, mir steckt da richtig tief drin Ah, sind wir mir? Ich weiß es nicht Ah, alles schwierig Okay P19 Maschinengewehr Es ist wirklich der zweite Teil des Spiels Fuck, man Tja, da denkt man, es ist vorbei mit dem Haus Nein, Mann Schön, dann mal durchladen Und jetzt sind wir wieder auf dem Schiff Okay, das könnten Hinweise sein Das könnten, okay Wir müssen uns Ein bisschen was merken Vom Layout Ich hoffe einfach mal, dass es das gleiche ist Second Floor Das heißt, auf der rechten Seite Ist es dann ein Safe Room Aufklittern Ach, da rein Okay Naja gut, ich meine Ja, whatever Wir schauen mal Oh Gott Kann ich erstmal gucken? Nein, nein, nein Wir droppen rein Okay, wir droppen rein Okay Targeted call Ist hier auf der anderen Seite Ist auf der anderen Seite, Bruder Ein paar Pillen Achso, die musste ich jetzt kombinieren An der anderen Seite verschlossen Da ist sie Sie übergibt sich Verdammt Ich muss ihn zurücksetzen Wie geht's voran? Sie übergibt sich Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt Och, großartig Wir werden vielen mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen Wenn das so weitergeht Okay Wir müssen sie finden Und zwar schnell Das nimmt langsam Überhand Dem stimme ich zu What the fuck, man Okay Okay Ja Okay 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 Sehr gut, danke Sie übergibt sich Das kotzt sie aus Was zum Fick, alter Das ist ja Mehr als nur schwierig Das ist ja richtig schwierig Was haben wir hier? Was ist denn das? Okay, geht nicht Alles klar Ja, genau Fang dich Also Wenig Schuss wie möglich Verballern, Leute Bleib bitte liegen Tu mir den gefallen Was haben wir hier? Was soll denn das sein? Ach, das Okay, ein Schlüssel Oder was braucht man dafür? Okay Jetzt habe ich erkannt Was das sein soll Schauen wir mal Noch mehr Pillen Die wir aber nicht benutzen können Weil wir es nicht kombinieren können Okidoki Da ist was gelaufen Das wird sie gewesen sein Es gibt einen Aufzug Sure Okay Es gibt einen Aufzug Es war so klar Dass mich was im Fahrstuhl angreift Immerhin habe ich eine Waffe Wisst ihr was ich meine? Das ist Das macht die Sache Schon mal Besser Oh Gott In welche gehen wir denn jetzt? Ach, Dietrich Da kam man nicht rein Achso Okay Nevermind Frage hat sich erledigt Wir kommen nur in das andere 2F Geht das nur noch S2 RIP Uh, ich will wieder nach oben Okidoki Okidoki Lovely Vielleicht kommt wieder Shit Von der Decke gedroppt Oder hinter mir Oder einfach vor mir Hinter mir? Nein Hast du ihn gesehen? Natürlich Ich versuche den Chat immer zu lesen Ah, die Tür ist schon offen Ah, Munition Cool Munition ist gut Denn wer Munition hat Der kann auch schießen Alles, alles cool Alles cool Minimalschüsse daneben Ja, Fluxer Kein, kein Radio Gaming etwa War ok War ok Ok Nütlich Jetzt Oh Ok Bombe mit Fernzünder I like where this is going Halleluja Oh, wir chillen, wir chillen Ey, wir haben Wird schön, wir chillen Wie gesagt, ich werde bis 21 Uhr Werde ich was machen Äh, Resonive hier noch Ne, ein Stündchen haben Und dann Ja, hoffen, dass es nicht noch bleibt Jesus Wir haben Zeit Alles entspannt Ja, Bruder, dann schieß ich deinen Arm mit ab Alter, ein Ok Na, so sieht's aus Bombe mit Fernzünder ist natürlich nett Ich hoffe nur, dass ich die auch am richtigen Ort dann verwende Das ist kein Lut für mich Ok 20, ok, wir nähern uns My bad Wir nähern uns, Leute Wir nähern uns Hör Flüssige Chemikalien Well, would you look at that Oh, God Das ist ein Das ist Da ist ein Fiede, oder? Ich meine, die Tür klingt schon wie so ein Viel Komm mal zu 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 Für die Jewish, ne? Edzmittel What? Eine starke Säure, die bestimmte Metalle auflösen kann Cool Rücken sie X, um sie zu zünden Die bestimmte Metalle auflösen kann Hey, naja, weg mit dem Schloss Ja, genau so Oder? Jo Da kommt gleich ein Vier raus Bist du böse auf mich, Mami? Nein Nein, nein, nein Ich bin nicht böse Warte Wie hast du mich genannt? Du bist doch meine Mami Äh Ich will nicht mehr vorwohnen Ich will ein Haus Und ich will, dass du meine Mami bist Okay, Evie Ich werde deine Mami sein Komm nur jetzt Sofort mit mir zurück Okay Wo bist du, Evie? 38 Da ist sie Komm, wir gehen Wir gehen nach Hause Nein Evie, warte Oh Gott Ja und nein Sie macht mehr Freunde, Alan Die Dinger sind überall Ich hab's dir ja gesagt Geht's dir gut? Warte mir versorgen, wie du endlich zurückbekommst Oh, der ist sowas von tot Ah, Crap Sie macht noch mehr von ihren Freunden Süße, willst du? Komm, wir gehen nach Hause Wir sind eine glückliche Familie Und du machst bitte keine von deinen Viechern mehr Okay Ich hab mir den gefallen So weit, so gut So weit, so gut Komm, 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 mach, 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 da kommt rechts bestimmt ein Vieh Oh, doch nicht Ziemlich viel Smoke Oh, das Schiff steht in der Flamme No, I get it Noch mehr Sprengstoff Cool Cool, cool, cool Why not? Blowing shit up is my passion Netzmittel So, damit wir nichts an Loot verpassen Habe ich mir jetzt mal schnell ein paar Pillen gemacht Sehe da? Da haben wir es schon Da haben wir was verpasst Und da hinten haben wir es verpasst Fuck Das liegt aber auch an Orten, sind wir mal ehrlich Schien wir uns schon So Und wir haben richtig viel Munition Hat sich gelohnt Hat sich sowas von gelohnt Yo, Schütz und Fire Ja, ich lade immer nach, ne Spitfire, Apex, Drei Schuss Ah, ich muss auch laden Sorry Ey, komm, das sieht man ja gar nicht ohne die Pillen Alter Hello there Ja, da war gerade Panik So Bleib bitte liegen Bitte Bitte bleib einfach liegen Komm, süße Nein, komm, wir gehen Wie viel Eins Zwei Drei Dritte Etage Okay Okay Ich habe schon ein bisschen Schiss davor Wenn wir zurückgehen Wenn wir aus diesem Video raus sind Weil dann stehen wir wieder ohne Waffen da Das ist auch nicht so cool Fuck Mach auf Ah, das sollte man niemals machen, Leute Das ist nicht gut Das sollte man niemals tun Glaube ich, denke ich Vermute ich Oh, wir können mal zu unserem Dude rennen Vielleicht lebt er ja noch Und dann müssen wir Wir werden Zweimal Chemikalien Wir werden das hier aufmachen Dann werden wir da hinten noch aufmachen Und dann kommen wir auch mal voran hier Ja, ich glaube, bei dem Blut nachschauen Der wird der Besuch Einfach ein Monster sein Noch mehr Bomben Was, soll ich die in die Viecher benutzen? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen Wenn ich ehrlich bin Oh, das ist zu, Bruder Nee, da war vorhin schon zu, ne? Und da sind wir Okay Ah, vielleicht kommen wir hier jetzt rein Warte mal Ich will mal was ausprobieren Nee, nee, war meinetwegen Ich habe mich gerade Nee, 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 nee Ich habe gerade gedacht Ach, weißt du was? Oh doch, wir müssen da lang, oder? Das war ja auch nur so eine Kiste Das war ja gar keine Tür, die aufgeht Oh, wir müssen da lang Ja, dann Bombe Ja, die Tür hat sie gekleppt Aber ich kann Okay, das habe ich mir anders vorgestellt Hm Äh, na, jetzt müssen wir ja Doch wieder zurück Ah, das war nutzlos hier lang zu laufen Oh, der war meint Liegt noch staff Munition Ah, gut, okay War, war, war vielleicht Halb Leicht unnötig, okay? Wir einigen uns auf leicht unnötig Leicht unnötig So, hier war der Fahrstuhl Unseren Dude wird es voll entschärft haben Ne, warte mal, nee Abstairs hoch Ah, das ist schwierig Das ist schwierig Wir beiden einfach anders, was wir haben Die Frage ist ja jetzt Wie kommen wir denn da lang Ha Okay Dann doch irgendwie da durch Durch diese schön voll geschmierte Tür Das ist uncool Vielleicht hier kommen wir immer noch nicht, ne? Ne Da geht's auch nicht lang I don't get it Komm ich da wieder Ah, ich komm da wieder raus Ach so Ja, na dann Shit, die kommen wir nicht zu machen Fuck Gut, dann nach oben Da werden schon die Viecher sein Yay Yay Wo bist du mein Schatz? Wo bist du meine Süße? Komm, wir leben in einem schönen großen Haus Da ist er Erlen Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen Gut, dass ich schon sterbe Oh fuck Sag sowas nicht Wir wissen beide, dass es stimmt Dir vertraut Das ist meine Mist Nie hat sie Okay, warte Evie, nein Evie, Evie Ich hab sie so gemeint Sie versucht die Kontrolle zu übernennen Du musst sie bekämpfen Oh no Oh no Oh no Oh this is nasty Oh fuck Oh fuck man Oh fuck man Oh no Crap We sind auch infiziert Scheiße Ah, wir müssen weiter, oder? Geht's nicht lang Crap Crap, 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 Crap Oh jetzt mal ein Video, oder was von uns Do something Du mieser bitch Deinetwegen Wir hätten Zoe nehmen sollen Und wir hätten sie nicht suchen sollen Fuck Fuck He's a mieser Oh no 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 Oh no no да Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Cool Ja Sag ihr das doch nicht Nein Oh Gott, Kinder Warum sagst du sowas? Scheiße Ah, fuck Gut, dann würde ich sagen Rap Machen wir noch ein bisschen? Machen wir noch ein bisschen? Ja, Chemikalien Wie lang ist denn das noch das Spiel? Ne, 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 ne Wir speichern mal Wir beenden mal hier einfach in Weise Voraussicht Weil ich so das Gefühl habe Um 21 Uhr ist hier sowieso wieder Internet aus Scheiße Ne, äh, und bevor man mittendrin steckt Ne, finden wir jetzt hier den Cut Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt Dass ihr am Start wart Hoffen, es hat euch gefallen Und ich hoffe, dass ihr Freitag wieder einschaltet Freitag? Sonntag Goddammit Werden wir Donnerstag? Morgen ist Freitag Wochenende Ja, der freie Tag So in der Woche Nein, dass ihr Dass ihr Sonntag wieder einschaltet Da gibt es eine Runde Multiplayer Äh, für das ihr noch abstimmen könnt, Leute Ihr könnt bei Äh, lasst mich kurz gucken Also, auf dem Discord, klar Jetzt habt ihr gefragt Polls and Questions Läuft noch ein Voting Multiplayer am Sonntag Voting Ihr könnt aus 6 Spielen aussuchen Bitte auch nur voten, wenn ihr wirklich mitspielen könnt Ähm Was wir zusammen machen Denn Bock habe ich auf alles davon Weißt du, ich hab Ich hab so die Liste vor Augen gehabt Und dachte mir so Ja, eigentlich ist alles, alles geil Komm, kann man machen Äh, fragst du mal die Leute Damit man auch Leute am Start hat Dann, wenn es soweit ist Und, äh, ja Momentan Haben Overwatch Apex Legends Spellbreak Und Widget Drei Stimmen Ähm Ja, schaut euch gerne mal vorbei Falls ihr es noch nicht getan habt Votet mal Und dann seid ihr am Sonntag mit dabei Und, äh, ja Bis dahin würde ich sagen Euch Entspannten Kurzen Freitag Dann ist ja quasi Wochenende Und wenn ihr Bock habt Sehen wir uns Bis dahin Haut da rein Ciao, ciao Und Die Videos Die die Woche nicht kamen Auf YouTube Weil hin und her Ich guck mal, dass ich das cutte Heute noch Morgen Samstag Und dass das alles so hochkommt So, das war das Fluxer schreibt Eigentlich sind das ja nur zwei Stimmen Ja, ich muss nochmal irgendwie Allchat oder so Ey Leute Abstimmen Ähm, ja Aber ja Bis dahin Macht's gut Ciao, ciao 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 Ciao